hallo hallo hier ist marvel 1972 heute unterwegs im dicken max auf festung der verzweiflung und wir sind weil das matchmaking von wargaming uns liebt heute auch low tier panzer ja so was kann man festung der verzweiflung jetzt machen also wir sind hier erst mal in einem eher low tier gefecht so würde ich jetzt noch mal nennen da findet das gefecht fast eigentlich immer auf der linken seite statt so jetzt gucken wir was wir haben wir haben eine at 15 also td der schön snipen kann wir mit tiger 1 der kann auf der linken seite eigentlich ganz gut stehen der könnte auch auf der rechten seite bei den heavies da haben wir ein sentinel kv2 p43 und us 100 y also auch noch mal td und ich bin auch noch mal td wenn wir td schießen wollen ist die linke seite weil die offen und gerade schusskanäle bietet eigentlich die bessere seite deswegen macht es eventuell sinn nach links zu fahren ich sag schon negativ bei rechts ja leff das legend das stimmt ist einfach so ich habe mir da den busch ab schon mal weil da oft manchmal leite oder sowas für den first spot hin fährt dann hätte man doch schon mal was rein schmögeln können ja wir müssen jetzt ein bisschen chillen der gegner ist schon mal schön in die ecke gefahren zum spotten das ist schlau was unser team jetzt eventuell noch nicht gemacht haben wir können da rein schießen das schmeckt lecker der mensch eingesaugt wir haben jetzt auch unseren zweiten td da ist das passiert was ich vorhin meinte er ist halt einfach explodiert ja und da kommt der nächste gierige junge mit seinem wz die der macht mich aber auf das ist frech also also das war jetzt noch nicht im drehbuch drin aufmachen und durch sein geschütz ausrufezeichen ausrufezeichen extrem blitz und ich wir haben dann die präschen bis der arzt winkt ehrlich gesagt aber was heißt dagegen nicht durch das ding war perfekt geäumt aha ich muss also auf die kette zielen dann geht's was es nicht man ganz noch mehr low rolls geben bitte also ich brauche übrigens für den sechser panzer apcr hier in der büchse ist es nicht zu fassen aber es ist leider so das ding ist rot wie sonst irgendwas jetzt irgendwann ist aber auch mal schulz mit dulz ja endlich ich weiß nicht ob ich da hinten erst mal aufräumen soll diesen tiger so ein tiger macht ja auch richtig ärger dank da hätte ich mal für minimap geguckt ich habe echt jetzt ist alles kaputt gespielt jetzt müssen wir diesen tiger jagen ja komm du kleiner tiger es ist immer wichtig das heck zum gegner zu stellen gerade mit einem schweren panzer das macht es besonders easy simple taktik einfach aufgegangen gefecht gewonnen hier können wir noch mal gucken top damage als load hier weil wir wissen wofür unser panzer gebaut wurde ich sag tschüss